jo leute was geht ab ich bin wieder am start jo leute was geht ab im start und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal leute und ich will wieder mit meinem vater dabei bei chat roulette ja durch den standards glaube ich dort ja die kramix hier hallo meine lieben jungen ganz willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal leute mal so weiter kurs auf die dus weil die diesen fantastischen sound leute heute kommt ein 24 stunden live stream mit dem jason hier an bord ein bisschen xp farm ja also wahrscheinlich kann ich nicht 24 stunden aber wenn er pin geht dann wird er morgen auf jeden fall wieder kommen denke ich jetzt mal ja ja ich mache 24 stunden stream über xp farm und wir zeigen als maul mit zeigenden leuten mal wie man am besten sie geholt also gleich nicht jetzt die runde wir haben eben auf ansage sieg gemacht leute und das haben wir auch früher immer gemacht und taktik ist immer ja für sich jetzt nicht noch nicht zeigen uns wissen schon an und dann probieren wir uns dann probieren die es selber aus am besten lang ist erst eine 23 stunde also morgen spaß nein sagt es jetzt leute das habe ich nicht weit beigebracht mein sohn diese runde wird glaube ich nicht so ich werde gerade angegriffen jason was ist ich hätte angegriffen aber ich bin aber ich bin nicht mal da Gar, das ist eh Noob Na, als ob, Alter Das sind 14 Hits Das sind 14er Hits Der, wo bist du? Ich gar ein Teammate Mach's selbst mal bitte Bist eh eh schlecht Du bist ja auch schlecht, Anti-Maid Du richtiger Lauch, Alter Ist egal, auch hier Komm, als einfach 7 Mord Nein Habt man einmal gute Runden im Leben, Alter Schlechtrunden im Leben Ich mach einmal live stream und schon verkacke ich, Digga, was ist los? Ja, ich beendet wieder, mach ich ein paar Kills und dann mach ich wieder an. Guck mal, 17 Treffer, 3 Kopfschüsse und ich hab 0 Kills, Leute. Könnt ihr das verstehen, Leute? 17 Treffer, 17 Treffer, 3 Kopfschüsse und ich hab 0 fucking Kills. Ich hab grad 14 Hits mit einer Shotgun verteilt. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Da ich mal dich auf Facecam an, Leute. Halt die Fresse, Jason Durensohn. Hier, direkt lachen dieser Wichser. So ein Wichser, ich schwöre, so ein Wichser. So ein Wichser, Alter. Tschüss. Das war der Teufel, was? Das war der Teufel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du es verkackt? Mein kleiner hier. Mein kleiner hier. Hä? War jetzt mal bereit? Was trinkst du? Du gott. Some fixer. Das war's für heute. Was? Wohin? Hä? Ich geh da hin. Geh du wieder Whisky. Geh du wieder. 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 ich kann losgehen schon mal noch schnelle pump scheine schägen wo oder so so ich kann losgehen oder warte mal ist in der pump ja schümmel ja schicke nie welchen skin meint sie überhaupt ich fico mit dem jagd gewähr Wooden Wooden Ah Ah so eine misse das verlassen warte kurz mal kurz mehr medikit dran gehe ich kurz ohne dann kriege ich kurz mehr das jetzt machen ich will es versuchen so wie du es gesagt hast ja wahrscheinlich mein kommentar wurde geschrieben wie schlecht ist der alter also dieser teddy bär keine ahnung wie er jetzt meinte der liebe oder durch kann man ganz bezweifeln dass ich meinte um lechtest du so ein wixer Okay. Oh! Ich meine, das ist glaube ich ein Sieg vielleicht. RPG auf allerfeinsten. So bin ich jetzt bereit. Verbänder. Granaten, wo man nicht unbedingt. So rein damit. Gibt es das gerade ernst auf YouTube einen? Brrrr. Leute, alle, die das neue Lied von Cap... Okay, was ist neu? Aber alle, die dieses Lied von Capi, Samra und Bushido gehört haben... Digga, die schreiben jetzt alle in den Kommentaren... Ähm... Hashtag... Jason ist schwul. Komm Leute, schreibt rein. Jason ist schwul. Hashtag Jason ist schwul. Wenn ihr das rein schreibt... Ehrenmänner. Ehrenmänner. So eine Missgeburt hat er verdient. Komm bitte schreibt, bitte schreibt Leute. Das ist das wichtigste... Das ist das wichtigste Kommentar, was du jetzt machen müsst. Oh, der Erste hat schon geschrieben. Hashtag Jason ist schwul. Ich war jetzt ernst. Okay. Warte. Hey, bitte schreibt das rein. Bitte. Äh... Sechs Kommentare, warte. Ja. Den schicke ich dir jetzt, Digga. Ja, Digga, danke. Nein, das hat noch niemand geschrieben. Bitte schreibt bitte in den Kommentaren. Hashtag Jason ist schwul. Schwul. Ah, alles klar. Er hat geschrieben, Jason ist cool. Nein, schwul. Fuck. Braaaah. Fick die Rapper, was sie reden. Alles Lügen. Hab ja. Was? Hab ja. 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 Günterele H reuse. Meine ne Serious gemäherebe. Blöken 산 Dance 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 Dance... ерб slut.. ich bin mal und sie verspürt. Wo ist das görst? Wow. Alles klar. hat es ist auch so schwul warum schreibt es nicht gestern um ich schwöre Jason es lieben noch zehn Leute Leute 2 den haben wir den haben war der andere kommt jetzt auch zum frühstück ja habe ich auch jason es liegt nur noch ein du ne kannst du mein stream gucken bitte guck dicker für die ehre bitte gewonnen jungen stream dicker der sie geht aufs haus alter wie schön ich hab's ernst gemeint und joe guck mal stream ja hab ich guck mal stream zulu ist du alter so einen schlechten team hatte ich spaß nein ich hab kein gemacht ich bin dritter geworden soll ich mir vier stufen kaufen vier stück ja oder nein sag du wenn du ja sagst mache ich wenn du nein sagst mache ich nicht sag jetzt komm aber guck mal wenn ich schwache warte kurz ja 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 wer naja komm mal rein bei mir hat die frisse jetzt kommen komm jetzt komm doch hast du hast es geschafft meine dildo ficker ist ja doch nein nein ich bin um alles wie holt man sich eine 5 euro pace in dem du bist mein sag mal sag mal du musst keine ahnung ich wollte es selber machen aber hat sich hinbekommen sagt jetzt ich will doch mal ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber ich kann ihn irgendwie nicht benutzen hallo ist und ich habe den auch ich habe zwar meinen jürgen den habe ich jetzt gleich mit dem buspanzer danach kommt die maske ich habe sie mir bekommen ja aber hast du hast du gekauft oder hast du glitsch gemacht so ein bastard ja dann sag mal wie es gemacht in dem er es gemacht hat ja ja genau mann drück mal frei nein alter und die fresse jetzt hier nein alles klar jetzt hier ihr ungeziefer ich bin ungespielt ich zeig mal alle meine legendären skins so fangen wir an mit den behinderten skin karl biede danach kommt der allerbehinderte skin da kommt ja 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 schimmer vor der party verlässt irgendwann will party verlassen ich hab's ich höre es ich glaube ich zog jetzt gerade Valor gerade Bock auf die soll ich auch? ne kann ich auch Valor alter dann bin ich jetzt wieder eine andere ich will kein paar ich hasse Partner Look ok dann nehme ich ich nehme nimm ich deinen Mann wer nimmst du? deinen Mann nimm den Mann du bist mal bereit man na ey na die Fresse dein Mann ist frisch du bist so frisch du bist so frisch nein viermal schick du bist so frisch 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 okay wie verletzt du das ich werde dir schreiben … … … … … … … und 9 und auch mit dem und um 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 auf sie gehen ich gehe ja ich gehe sieg und damit kommt man ich geschäft die mann was für schiff die alter lassen wir jetzt alle schiff jetzt kommt und jason sagt was für schiff die aber geht dann selber schiff die ja ich finde die scheiße aber du hast jetzt ausgewählt und du kannst keine andere stadt mehr gehen Bauer Köln nicht nach und stattdessen ja auch keine Waffe sie sind zu es war eine schöne jason fliegt so schön ich höre gerade seine behinderten schritte jason fliegt so schön ich möchte ich meine ja wofür weiß nicht ich habe jetzt einfach wegen hecken da ist diese kleine Kämpfer ich hab keine mit der Waffe ja da zwei Mann was hat gesagt da waren zwei Alte nein nein davor Fick die Henne ich hab das dann ich hab mit die GAS wenn diese dies jetzt er gestorben hat die Kultus Arma ist klar noch mal in Schumann legen die Entschätzung n das Wohl spielen die Schilder bei der Zeit nicht zufrieden so nach weiter das war die Elite das ist ein paar Euro ich hab den ich hab ins Kindes und so ein Kilder nehmen wir und der Materie herrlich für Bahner wieder was hat das muss man an er ist bei ihr mit schwarzer Rötter Schild was für als man verheiratet nur anstattung er genau die BIP und ich kann morgen mit nur dein ernst ja wieso schreibt das mal bitte jona das so sich nicht kommen kommen wieso ja ich weiß nicht kb ich muss die gar nicht dein ernst du sucht ja schreibt das den jahr weil er wollte meine wollte um 12 wo kommt stimme vor der komplette ich komme aber das ding ist er kann doch nicht zu mir kommen haben meine eltern gesagt also die fahnden nicht somit mal keine ahnung deswegen muss ich entscheiden dass er nicht kommen kann dann kann ich hab nicht seine nummer erikauf so zu leben die geist habe ich ich habe seine nummer noch mal wir kommen schaum und gehen muss gehen an Maffin! Na, Erik? Maffin! Brrrrraaa! Pack die Packets für meine Brot und Franzi Kälter! Marvin, ich habe aber nicht eine Nummer! Warte, ich mache lautere Musik an, ja, darf ich? Ja, doch egal! Mach an! Ich mache gleich so laut, wie ich kann. Dann booste ich meine, aber ich muss dann PS4 bauen auf mein richtiger Verhandler. Das war's nicht, ja? Eurek? Ja! Eurek? Ich kann nicht lese! Ich kann nicht lese! Erik? Erik! Jaaaaaa! Hauh! 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 Spiels? Spiels du, Hauh! Hauh! spielst du auch nur noch fortneut ob ich nur noch fortneut spiele ja auch manchmal noch fiefer du kannst du kannst du kannst du deutsch ob ich deutsch kann ja als würde sie wirklich dieses deutsch auf sie rauspressen ich komme warte tschül ich brauche noch eine Waffe jetzt habe ich eine Waffe ich komme ja ich gehe deinen Hut holen kannst du deutsch ich bin ich kenne Schützer ich ich bin Schützer ja Das war's. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Prozent Prozent die Woche wo sie startieren keine Ahnung jetzt im Haus war wenn heute geht es uns gut und durchgeblich können alle Scheine sind gut geht durch schluss mit nun zeugen hier ist dazu gewünschte sich an die zentrichte durch schwer da alles leugnen das ist heute schon der täter gucksen der grad stream zu oder wie ich entdeckte die ich entdeckte abonniere durch das komplett mit dem baum ja mein album ist gebe gas ja man alles mache jetzt nur noch auf bari so wie ich hatte ich nicht abonniert ich habe was in den chat geschrieben an eric 05 ha 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 ja nein kann auf jeden fall leben zu der gucci guti sagte braten schubi ich verpottet aus kies getötet die sie ließ und heute geht es uns gut da steht schüttchen er kommt nur verlassen würde war r man würde schütze ich hab dich dann das dritte mal gemeldet wieso ich würde gut ab ich glaube ich glaube 20 meldungen kannst du gebannt werden da ich melde dich schon auf mein handy hat dann anderen epic im konto und gleich auf dem pc welcher nochmal und danach gehe ich in anderen account rein damit ich schon auf den account und schreibt immer das gleiche rein dass du gewand wirst weißt du spaß nicht zu schubbarten drückt den Arm die 300 und die erhaltet eine Mutter werden und schweifen weil das ist mein stream sagt es ist hat wird wieder wir das kein deutscher passkollekt der chef kann hat gott gelegt sie reden alles lügen habe ich packe fette tüten berlin lebt geto geto brauche kommen nur noch kurz vor allem gern mit 680 gerben keine klatschen wir haben mit knut der mage